Samstag, der 26. Mai 2018. Es ist 19.25 Uhr. Wir starten in eine neue Runde Lotto-Glück. Heute im Studio Chris Fleischhauer. Ja und der begrüßt Sie recht herzlich zur heutigen Lotto-Ziehung. Schön, dass Sie wieder live mit dabei sind. Sie hat es schon wieder getan. Meine Kollegin Miriam kann es einfach nicht lassen. Immer dann, wenn sie mir die Moderation übergibt, haut sie nochmal schnell irgendwie den Jackpot raus. Aber keine Sorge, auch wenn ich jedes Mal irgendwie bei Null anfangen muss, ein bisschen habe ich auch anzubieten. Und es sind keine Null Euro. Das kann ich schon mal versprechen. Ziehungsgeräte und Lotto-Kugeln sind natürlich wie immer im Vorfeld ordnungsgemäß überprüft. Das können wir ja ganz gut. Somit kann es losgehen. Ich drücke die Daumen Ihnen allen jetzt. Viel Glück! Ja, rund 11,3 Millionen Euro, die wurden am Mittwoch gewonnen. Ein Spieler aus Bayern, der hatte die sechs Richtigen mit der passenden Superzahl auf dem Schein. Damit ist der Jackpot also weg. Heute geht es bei uns in der obersten Gewinnklasse um rund 3 Millionen Euro. Ist ja auch nicht ohne. Und wir fangen relativ hoch an heute. Nämlich mit der 48. Tja und der Gewinner aus Bayern, der hatte auch doppeltes Glück. Es gab nämlich keinen Spieler mit einem einfachen Sechser. Das heißt also ohne Superzahl. Somit gab es das Geld in der ersten Gewinnklasse obendrauf. Nächste Lottozahl, die 27. Denn ursprünglich waren ja, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur rund 8 Millionen Euro im Jackpot. Gewonnen hat er nun aber etwas mehr als 11 Millionen. Also es hätte ja besser nicht laufen können. Und es geht schon weiter bei uns mit der nächsten, die 24. Und der Jackpot vom Spiel 77, der ist uns zum Glück erhalten geblieben. Wenn ihre siebenstellige Gewinnzahl heute passt, dann winken dort stolze rund 5 Millionen Euro. Ist ja auch immer relativ selten, dass ein Spiel 77 so weit ansteigt. Nächste Lottozahl ist die 16. Und jeweils 100.000 Euro, die gibt es ja immer in der obersten Gewinnklasse, der Zusatzlotterie Super 6. Die gehen dieses Mal einmal nach Hessen und einmal nach Nordrhein-Westfalen. Die Glückwunsch dort hin. Und wir sind schon bei der vorletzten. Die 47. Für alle Spieler, die die Lottozahl 21 angekreuzt haben. Ich muss es leider mir sagen, der Bann ist immer noch nicht gebrochen. Die 21 ist hier schon seit 57 Ziehungen nicht mehr ausgelost worden. Und auch heute, sehe ich schon, ist sie ebenfalls wieder nicht mit dabei. Denn die letzte ist die 10. Das sind sie also, die sechs richtigen am heutigen Samstag. Und mit denen geht es jetzt um unsere rund 3 Millionen Euro. Natürlich nur mit der passenden Superzahl. Sie wissen es. Und um die geht es jetzt. Ich drücke nochmal ganz fest die Daumen. Viel Glück. Insgesamt sind es 21,8 Millionen Euro in der Ausspielung. Und rund 3 Millionen Euro im Jackpot. Muss nur schmunzeln, weil wer gestern Euro-Jackpot verfolgt hat, da können wir natürlich nicht mithalten. Aber hier erstmal die Superzahl von heute. Das ist die 6. Damit stehen alle Gewinnzahlen fest. Und die gucken wir uns natürlich nochmals an in unserer Übersicht. Die Lottozahlen kriegen Sie jetzt nochmal in richtiger Reihenfolge zum Mitschreiben. 10, 16, 24, 27, 47, 48. Und die Superzahl eben gesehen, die 6. Weiter geht es mit den Gewinnzahlen. Der Zusatzlotterien, die werden ja bereits immer im Vorfeld zur Live-Ziehung ermittelt. Spiel 77, wie gesagt, rund 5 Millionen Euro wert. 0, 7, 6, 0, 6, 7, 1. Und noch die Gewinnzahlen der Lotterie-Super-6. 0, 8, 0, 5, 6, 3. Und noch eine Info. Ich habe es ja eben schon ganz kurz mal erwähnt. Der Euro-Jackpot wurde gestern Abend nicht geknackt. Der 90-Millionen-Euro-Pot bleibt also zumindest am kommenden Freitag auch noch stehen. Und dadurch, dass er nicht gewonnen wurde, gibt es auch in der zweiten Gewinnklasse. Viele, viele Millionen mehr. Also nachlesen, alle heutigen Lottozahlen und natürlich auch die der Glücksspirale können Sie immer natürlich bei uns im Internet auf lotto.de. Und damit sind wir schon wieder durch. Das war Lotto am Samstag. Die nächste Chance, die gibt es am kommenden Mittwoch pünktlich um 18.25 Uhr. Bin ich dann wieder für Sie da. Bis dahin Ihnen allen noch ein schönes Wochenende. Tschüss, machen Sie es gut. Die Live-Ziehung der Lottozahlen. Nur auf lotto.de.